hallo freunde ihr liebt es doch immer wenn alles brennend ja und alles unter unter spannung steht und so und heute habe ich euch was mitgebracht kleiner plot twist ihr werdet überrascht sein also dranbleiben lohnt sich nämlich aus gegebenem anlass stellt euch folgende situation vor wir haben drei uhr mitten in der nacht und ihr seht ein kleines gelbes licht draußen denkt da ist vielleicht ein rettungswagen oder irgendwas fährt hier durch die gegend kommt ja schon mal öfter vor und nach 30 sekunden ist dieses gelbe licht immer noch da der nachbar vielleicht betroffen gehe mal gucken ja dann mache ich die tür auf und dann habe ich folgendes gesehen fünf meter von meiner haustür entfernt wo die leute hier seht hier unten rechts da sind zwei noch geflüchtet da wo die jetzt stehen da beginnt meine parzelle das heißt die flammen könnten ja durch wind wie auch immer hier die bäume und das kann ja in zwei minuten bei dir sein und ja spannende sache wie reagiert man jetzt meine feuerwehr rufen kein thema sofort gemacht ja ansonsten weißt du ja nicht was passiert wohin geht das feuer was ist überhaupt los ja da hilft nur eins portemonnaie einstecken die gasfasche hier mit rausnehmen und zu sehen dass man weiter sucht und dann hoffen dass die feuerwehr rechtzeitig kommt bevor alles abgebrannt ist ja so ist es hier in der nacht irgendwie was ich letzte tage irgendwo passiert stellt euch mal vor fünf meter von eurer tür entfernt es brennt es brennt ja unterm strich ist nichts passiert kein personenschaden sonst wie nur diese eine parzelle wirklich abgebrannt aber auch die bis auf die gründmauer der hatte ist hammer und aber weil ihr wegen schach hier seid ja und ihr die ganze zeit nur auf diese stellung geguckt habt möchte euch natürlich nur eben schnell die die lösung dieser stellung zeigen hier droht auf der h linie was wir können hier mit der dame aber auch nicht so richtig rüber war dann hier der f3 weg ist wir gewinnen in allen formen und farben hier weil dieser bauer ist natürlich super ja und der könig steht hier auf matt und so beste lösung wäre hier der laufer h3 mit der idee den turm anzugreifen und den laufer dann nach g2 zu stellen und jetzt kann ich zum beispiel turm h1 gar nicht mehr verhindern selbst wenn die dame sich opfert dann ist halt demnächst matt so nur damit wir ein bisschen was in schach gemacht haben also das wollte ich diesen kleinen plotfest wollte ich euch noch mal eben gönnen in dem sinne bis zum nächsten mal